Das Wort. An einem Julimorgen sah ich deine Augen, erriet deine Gedanken und ein unsagbares Wort überfiel den Abend, sodass die Nacht verspätet kam. Mein Name ist Hasan Özdemir, ich bin Jürger, Dramatiker und Erzähler. Ich bin in der Türkei geboren und seit 36 Jahren lebe ich in Ludwigshafen. Als Hasan mit 16 nach Ludwigshafen kam, lebte sein Vater bereits dort. Ich habe mich offen gesagt auch nicht fremd gefühlt, überhaupt nicht. Ich war froh, ich war glücklich, als ich in Ludwigshafen war. Die Türkei erlebte damals, also 1980, so einen Bürgerkrieg-ähnliche Situation und ich war dann froh, dass ich hier war. In seinen Werken behandelt er, wie er sagt, allgemein menschliche Themen wie Liebe, Frieden, Krieg, Flucht, Vertreibung und Politik. Durch Kunst lerne ich dich kennen, lerne ich die anderen Menschen kennen. Durch Kultur lerne ich, wie vielseitig die Gesellschaft ist. Wer zu seinem Beruf kam und warum er Ludwigshafen als seine Heimat betrachtet, erzählt er uns nun in der Sendung. Herzlich willkommen, Hasan Öztemir. Und hier haben wir Hasan. Hallo. Hallo. Setz dich gerade bitte. Genau. So, nochmal herzlich willkommen, Hasan. Dankeschön. Du bist ja Schriftsteller. Ja. Schreibst du eigentlich mit Schreibmaschine oder handschriftlich? Handschriftlich. Und wir haben ja gesehen, du schreibst auch ab und zu in so einem Turm deshalb handschriftlich oder? Ne, ne, das hat damit nichts zu tun. Ich liebe, wenn ich meine Texte handschriftlich sehen kann. Es ist sozusagen eine ursprüngliche Sache. Okay, also es ist dann auch einfach fürs Auge schöner, wenn sie das dann nochmal sehen. Ja, wenn man auch die Handschrift sieht. Genau. Das ist viel schöner natürlich. Das machst du dann aber mit Kuli, nicht wie schön romantisch auf dem Turm mit einer Feder und Tusche? Nein. Okay. Also natürlich mit dem Kuli. Manchmal mit dem Bleistuck. Okay. Und nun möchten wir einen weiteren Künstler vorstellen, dem es auch wichtig ist, das Leben festzuhalten. Also mein Name ist Idris Orpheo, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Heidelberg. Der leidenschaftliche Fotograf verbrachte viele Jahre seiner Kindheit in einem Pariser Vorort. Da ging es schon rau zu. Ich selber komme aus der Nähe von der Fasnerie, da ging es vor ein paar zehn Jahren auch rau zu. Und wenn du dann immer als Kind auf der Straße groß wirst und so weiter und das auch ein bisschen so siehst vom Leben, das verändert dich natürlich, klar. Dementsprechend kam ich auch irgendwann für mich so zu Street Photography. Das ist einfach mein Ding. Das finde ich cool. Klar, ich mache auch andere Sachen, weil die machen auch Spaß. Ich lasse mich da auch nicht nur auf eine Sache begrenzen. Aber doch so das echte Leben festhalten hat sich da für mich so rauskristallisiert. Idris hat vor kurzem seine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann abgeschlossen. Nun will er visuelle Kommunikation studieren und in der Zukunft möchte er als Fotograf für ein Magazin arbeiten. Bei mir ist es mit der Fotografie so, das was ich vorher bewegt habe, halte ich in einem Moment fest. Und ich kann darüber entscheiden, ob mir der Moment gefällt, dann behalte ich ihn. Wenn er mir nicht gefällt, kann ich ihn wieder löschen. Obwohl er eigentlich schon längst verflogen ist. Wie er über Umwege zur Fotografie kam und was Extremsport damit zu tun hatte, erzählt er uns gleich in der Sendung. Herzlich willkommen Idris. Und hier ist Idris. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Hallo Idris. So Idris, wie geht es dir gut hergefunden? Sehr gut sogar. Ludwigshafen ist zwar ein bisschen immer versteckt, die Ecke wo man hin muss, aber man findet es. Das ist gut. Was hast du denn für Extremsportarten ausgeübt und welchen Zusammenhang haben diese mit deinen Bildern? Also ich habe eigentlich alles gemacht, was irgendwie relativ schnell ist. Inline fahren, Skateboard fahren, Snowboard fahren, aber alles mit diesen ganzen Tricksachen. Dementsprechend wurde es auch dann zum Extremsport einfach. Gerade beim Snowboard fahren, wenn du einen Kicker fährst, der irgendwie 5 Meter hoch ist und dann noch 10 Meter in der Luft bist und dann rückwärts mit einem 360 oder so machst. Dann wird es doch extrem, wenn du es halt mal nicht schaffst. Für uns war es dann auch wichtig, wenn du den Trick schaffst, das auch zu dokumentieren und dann am Ende einen Film zusammenzuschneiden. Und irgendwann haben wir halt auch gesagt, nee, machen wir nicht mehr so stark. Und dann wollte ich selber auch einfach auf Bilder umsteigen, um einfach nur diesen einen Moment zu haben. So kam es. Auch wenn man jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt den Trick nicht mehr so gut schafft, dann hast du das ja auch dokumentiert, dann konnte man sich ja verbessern. Natürlich, richtig. Dann liest du natürlich auch gleich, wo sind deine Fehler und Stärken und dann wird das nächste Mal hoffentlich besser. Und Idris, du hast ja auch im Einspieler gesagt, dass du die Möglichkeit hast, die Momente dann zu löschen. Darauf greifst du bestimmt auch ab und zu mal zurück, oder? Hin und wieder passiert das tatsächlich, ja. Also es ist schon oft vollkommen, auch wenn mal ein Trick nicht funktioniert, dass du gesagt hast, nee, komm, jetzt einfach weg. Ja, jetzt zum nächsten Punkt. Aber auch wenn ich auf die Straße gehe und da Bilder mache, ist es ganz oft so, dass ich sage, ich suche mir einen Moment raus, eine Szene zum Beispiel und sage dann, okay, ich drücke zwei, dreimal drauf, um sie wirklich im Kasten zu haben. Aber vielleicht gefällt es mir dann doch nicht, weil ich sage, der Moment war vielleicht zu persönlich für die Person oder auch einfach nicht. Oder war doch nicht so schön, dass ich sage, ich möchte ihn dokumentieren. Und dann kann ich ihn immer noch löschen. Ja, so eine Möglichkeit ist auf jeden Fall immer klasse. Und Hasan, wie ist es dann für dich als Schriftsteller? Hast du auch die Möglichkeit, Momente zu löschen oder aufgeschriebenes? Natürlich. Das ist genauso. Wenn ich einen Text geschrieben habe, lese ich diesen Text immer wieder. Wenn mir ein oder andere Wörter nicht gefallen, dann tue ich sie raus. Okay, also du merkst es dann auch wirklich, wenn du es häufiger liest, dass du dann auch Dinge löscht. Natürlich, ja. Okay. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar Bilder an, die Idris nicht gelöscht hat. Und Idris, du kannst sie dann vielleicht gerade kurz kommentieren. Mach ich. Also das war ein ganz spontaner Shoot mit meinem besten Freund. Der hat dann eine ziemlich schwere Zeit durchgemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen den Moment einfach für uns festhalten. Einfach, dass er sich selbst daran erinnern kann und einfach auch ein Statement setzen an die Leute, die da einfach, sage ich mal, ein bisschen im Weg waren. Wie findet man solche Location? Wie machst du sowas aus? Ehrlich gesagt oft rumfahren mit dem Fahrrad und gucken, wo ist ein cooler Moment. Dann mache ich einen Schuss, hebe mir das auf, habe eine Kartei. Und sehe dann auch gleich, wenn ich denke, ah, das könnte da funktionieren, gehe ich die Kartei durch und dann habe ich den Sport meistens. Klingt ziemlich spontan, aber das klappt anscheinend. Das war mit einem anderen Bekannten. Der möchte jetzt im Modeln ein bisschen durchstarten, gerade in die Szene Fashion und Lifestyle reingehen. Und dann haben wir gesagt, okay, du kommst eher aus Mannheim. Das repräsentieren wir gleich und machen einfach so ein Locoshoot. Dementsprechend saß er oben auf dem Turm. Ja. Das war ein bisschen was Abstrakteres aus meiner Straßenfotografie-Serie. Das war für mich ein ganz spontaner Moment. Ich wollte eigentlich ein Fotoshooting mit einer Band machen und die kam zu spät. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gucke ich, was sonst noch unterwegs ist irgendwie. Und habe halt gerade die Sonne im perfekten Moment über der Skulptur stehen sehen und dann musste ich abdrücken. Selbst beim Warten, also machst du da noch Bilder. Oh ja, Glashäufer-Umlauf. Das war für mich ein echt großer Tag, weil wir wussten, die kommen zu uns ins Konzerthaus. Dann habe ich gleich gesagt, Leute, ich brauche diesen Termin safe. Glashäufer-Umlauf sehen, nicht nur im Fernsehen, ist eine gute Sache. Tja, und ich bin ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt vom Schuss selbst. Ja, ganz klassisch Straßenfotografie, für mich schwarz-weiß. Das war sogar an dem Tag, wo wir den Einspieler gedreht haben. Und ich meinte noch kurz so gerade beim Drehen, warte kurz, da ist ein alter Opa, den muss ich jetzt kurz abknipsen. Und es war einfach für mich so ein reiner Moment. Der Opa mit seiner Tüte, vielleicht war da Fisch drin oder so, der einfach durch die Straßen läuft. Die Jacke flattert, das hat einfach Charisma für mich gehabt. Dieses Schwarz-Weiß benutzt du oft, ne? Ja. Jetzt für eine Frage zu beiden. Nehmt ihr aus eurer Migrationsgeschichte, nehmt ihr dafür Inspiration für eure Kunst? Oder wie macht ihr das? Ja, natürlich. Migration war schon immer ein Thema, auch in der Literatur natürlich. Ich setze mich damit auseinander. Aber mittlerweile, Migration kommt nicht mehr in meinen Texten vor, wie früher. Okay. Und wie ist das bei dir? Was er gut gesagt hat, ist auseinandersetzen, das tue ich auch. Ja. Ich sag jetzt nicht, ich fotografiere jetzt nur Ausländer, wenn ich auf die Straße gehe, in dem Sinne. Aber ich versuche halt einfach, das wahre Leben festzuhalten. Ja, also klar, ich mache auch so Porträtsachen, wenn man mich dafür fragt. Ja, aber so wie mit dem groß alten Nuan zum Beispiel, war es für mich einfach so, das war ein echter Moment. In der Straße, der wurde bestimmt nicht in irgendeiner Penthouse-Wohnung, ja. Du hast einfach in den Klamotten gesehen und das festzuhalten, war für mich einfach so ehrlich. So ein Wow-Effekt. Ja. Trifft schon. So, jetzt haben wir ja ein kleines Spiel für euch vorbereitet. Und zwar Lu und Kai, die sind jetzt da drüben und wir würden euch dann bitten, rüber zu gehen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Gutes Gelegen, viel Spaß. Danke.